Was geht ab Leute, die wirtschaftlichen Auswirkungen vom Server-Transfer hin zum neuen Server Karsul, die werden in dieser Episode der Shop-Analyse besprochen. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Bevor wir dazu kommen, denn das ist ein wichtiges Thema, will ich hier auch nochmal meine Veränderungen beim Reselling oder meine Erfolge sozusagen schildern. Ich habe in letzter Zeit angefangen, in Uruga meinen Shop hinzustellen. Funktioniert doch besser, muss ich sagen. Funktioniert sehr, sehr gut. Was richtig Spaß macht, ich habe ja jetzt meinen neuen Krieger-Char gemacht, der Gerüchten zufolge der beste Gladie von ganz Isia werden wird. Freue ich mich drauf, den hochzuziehen, ja. Und was richtig, richtig Bock macht, ist, mit dem einen Account euren Shop hinzustellen, Uruga mit zwei rein und dann den anderen zu leveln. Weil es fühlt sich einfach noch nach mehr Power an. Es fühlt sich irgendwie an, als würde man gleichzeitig mehr schaffen. Manche Leute haben auch drei Accounts gleichzeitig. Oh, ne, weiß ich nicht, Leute. Müsst ihr gucken, wie euer PC das schafft, ja. Aber zwei macht mega Bock, Leute. Mit dem einen hier sein gefarmtes Zeug anbieten und den anderen zu leveln. Leute, es ist so ein geiles Gefühl, ohne Witz. Das macht mir richtig viel Spaß. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe meine 60 plus 12 Army für einen Gem verkauft, die ich für einen Gem gekauft hätte. War ein guter Deal, weil ich habe damit gelevelt, gefarmt. Also war unterm Strich sogar Plus. Obwohl, gleicher Betrag, ja. Dann habe ich ein 70 plus 12 Zweihandschwert gekauft für 1,45 Gem. Zweihandschwerter nicht ganz so beliebt wie Äxte. Ich finde die aber cool vom Style her. Deswegen denke ich schon, dass das eine gute Sache ist. Zumal, wenn ich da meine Lizenz drauf mache, Leute. Da würde es ja einen Fan geben, der die dann für 1,5 kauft, wenn ich die dann irgendwann wieder verkaufe. Und verkaufe, oh Leute, wir sind richtig los. Achso, in Sachen Gewinn. Ich habe Harpienkarten gut verkauft, alle möglichen Blues. Aber jetzt nichts, was so groß der Rede wert ist. Genau. Jetzt kommen wir auch schon zu den wirtschaftlichen Auswirkungen vom Servertransfer. Es sei denn, wir finden hier noch irgendwas Spannendes. Das sieht schon gut aus. Holy shit, ist das teuer. Krass. So, was passiert, wenn also Leute viel geabtes Zeug mitnehmen? Was nehmen die überhaupt so typisch mit? Alles mögliche. Malle-Verschmuck, wie hier. Könnte man theoretisch mitnehmen. Ist das Malle-Verschmuck? Ich möchte sagen schon, ne? Bin ich mir relativ sicher, dass das Malle-Schmuck ist, ne? Aber auch viel Kleinzeug. Viele 70 plus 12 wurden mitgenommen. Viel geabtes, komisches Low-Level-Equipment wurde mitgenommen. Und ihr müsst halt verstehen, was das bedeutet. Angeblich 15 Gem-Gebot. Kann sein, wäre krass. Was bedeutet das? Wenn ihr selbst neue Waffen abt, sind die nicht mehr so viel wert. Also es kommt drauf an, wenn es jetzt irgendein seltenes High-Level-Zeug ist, schon. Aber so früher war ja so die Standardsage eher als Anfänger. Wenn ich jetzt wirklich sage, ich will ein bisschen Real Cash investieren in Fiesta, abt man sich vielleicht ne 70er Blue. und vielleicht ne Helga-Waffe, wenn man da irgendwie rankommt. Weil plus neu sind die gar nicht so teuer. Und das alles ist weniger wert, wenn ihr die jetzt wirklich selbst hier neu abt und dann verkauft. Weil es wird extrem viel von den alten Servern mitgenommen beim Wechsel. Vor allem halt Esel, ne? Ich kann euch sagen, dieser Hagebo sieht schön aus. Er ist keine 10 blauen Scheine wert. Ich finde übrigens den Typen lustig, der sich wirklich blaue Scheine genannt hat mit seinem Verkaufsstand in Ruhm. Finde ich witzig. Vielleicht wird es mein neues Synonym für Gem. Blaue Scheine. Könnte ich mitgehen? Finde ich witzig. Also das ist alles zu teuer. Leute, mir wurde eine Helga-Axt plus 12 für 2,5 Gem angeboten. War auch ein Freundespreis von Domdom. Danke nochmal. Weil er weiß, dass ich jetzt meinen neuen Krieger hochziehe. Ich sage nur, ich habe die schon für 4 Gem teilweise gesehen. Also was ihr hier seht, ist halt alles overpriced. Uh, neuer Shop, neuer Shop, neuer Shop. Ja, Leute, ich achte auch immer auf den Hintergrund. Wie harscht der da schon die ganze Zeit chillt? Oder Megara, die da auch chillt. Viele Chiller am Start. So, also nochmal das Wichtigste, was ihr beachten müsst. Also ich würde nicht behaupten, dass die Wirtschaft zerstört wird durch die Transfers hin zum neuen Server Kasu. Ihr müsst halt nur beachten, hier seht ihr doch, sage ich doch. 5 Gem geht immer weiter runter, Leute. Wenn ihr jetzt selbst sowas habt und vielleicht einiges an Geld da investiert, ich weiß nicht, wie viel sowas kostet. Ich habe sowas nie selbst gehabt, ja. Ich fahre mir ja immer mein Gold und kaufe mir so ein Zeug dann. Äh, in-game halt. Also da müsst ihr halt berücksichtigen, dass das alles nicht mehr so viel wert ist. Warte mal, ist der Handelbar? Uh, Kraven ist Handelbar, geil. Ach, ganz wichtig ist noch, wenn ihr euch ein Reittier holt, sucht euch so ein Handelbau, weil ich habe jetzt mein Raimi zum Beispiel auf den Krieger gemacht, einfach hin und her geswappt, total geil, ne, diese gebundenen Reittiere sind da einfach nervig, hier, HG, Stab, Plus, und nochmal zum Thema Stuts, Leute, ihr denkt euch vielleicht, ja, aber einer mit guten Stuts kostet 2 Jam mehr, die Stuts sind komplett egal, wenn ihr eine Helga-Waffe kauft, es sei denn, ihr macht einen Pernscher, aber gibt es wenige sinnvolle Sachen tatsächlich, Achtet eher darauf, dass es geabt ist, ne, weil dann könnt ihr schneller leveln, und man muss auch fairerweise sagen, ob ihr es glaubt oder nicht, ihr braucht bis Level 100 keine geabte Waffe, die Monster sind nicht so stark, und außerdem sind die meisten Sachen wiederholbare, wo so ein High-Level-Typ steht und ihr das einsammelt, und der die Monster erledigt, ne, das bitte berücksichtigen, also, eine geabte Waffe vor Level 100 müsst ihr als Prestige sehen, das Prestige, ne, so ein bisschen wie Prestige-Skins in League, es ist nicht, guck mal, ne HG, Plus, 12, 3 Jam, dat ist günstig, Leute, dat ist wirklich günstig, sprich, wenn ihr jetzt selbst abt habt ihr ein Problem, wenn ihr kauft, ist es aber wiederum gut, also ihr merkt schon, es hat so ein bisschen zwei Seiten der Medaille, wenn die jetzt ihre ganzen Items hier rüberbringen, ihr seht, es regnet, 70er Blutzeug, Rameys, kann man die eigentlich mitnehmen, ich glaub schon, oder? Ja doch, man kann die mitnehmen, weil manche Leute nehmen auch Sameys mit, der Samey wird hier mal teuer gehandelt, aber ganz ehrlich, Leute, den meisten Leuten ist der Style vom Ramey nicht so wichtig, die nehmen einfach den günstigsten, den sie finden können, würde ich euch auch empfehlen, weil, mein Gott, wie der nur aussieht, oder nicht, ist auch eigentlich egal, geht ja mehr so um den Speed vom Reit hier, und um die Region, und was der sonst noch alles hat, Ja, Leute, also der Wert der geabten Waffen ist extrem gesunken, ihr seht hier eine 70 plus Earth, zwei Gem ist ein Schnapper, kann man machen, aber es ist halt alles sehr günstig, deswegen, wenn ihr selbst abt, würde ich nicht kaufen, so was Cleary plus 12 Waffe braucht man eigentlich nicht, ne? Oh, so viel zum Thema Regina automatisch, zwei Gem, Thema hat es ja auch erledigt, aber ihr merkt, euer Gold ist hier wirklich viel Wert auf dem Server, und das muss nichts Schlechtes sein, gerade wenn wir so an Low-Level-Farmen denken, Gewalt-Set, immer noch so 20 Gold, die sind beliebt wie Wamuuu, den Namen finde ich so, wegen der Wamuu-Gilde, äh, das ist beliebt wie sonst irgendwas, Leute, äh, ich hätte vielleicht doch den 40 plus 10 Bogen letztens kaufen sollen, ne? Habe ich auch schon überlegt, ob das nicht ein Schnapper war, den ich hab liegen lassen, tja, wie wir uns nicht wissen, ach, es hätte mich nicht gewundert, hier sowas, meine ich, das Ding plus 10, ne? Sowas nehmen die alles mit, deswegen ist das so günstig, wobei das sonst ziemlich günstiger Preis ist, eigentlich, aber wer braucht sowas, ist die Frage, ne? Ich, ich, ich bin Jäger an dem Level und würde das eher nicht kaufen, und ich habe letzten 60er Army plus für einen blauen Schein verkauft, blaue Scheine, etabliertes neue Gem-Synonym, ich finde es witzig, Leute, ich bin so witzig, ja, da, das ist Desi, ne? Man kann doch Desi-Karten droppen, oh shit, boy, ich hab die einmal liegen lassen, glaube ich, das ist schmerzhaft, ey, soll ich mir dieses Ding hier kaufen, für meinen Krieger? Ich glaube, ich level relativ schnell auf 100, alle, die mich kennen, lachen jetzt eher levelt schnell, ja, 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 bei den Oma Moris weiß ich nicht den Preis, ne? Es sieht ein bisschen günstiger aus, als alle anderen, aber vielleicht ist es ein Müll-Oma Mori, ich weiß es nicht, ich kenne mich da noch nicht so aus, fällt mir nur auf, dass es ein bisschen günstiger ist, als alle anderen Oma Moris. 60er-Einschmuck kann man immer noch sehr gut Gold mitverdienen, wenn ihr jetzt die Kingdom Quest rockt. Also, ich bin da auch oft anzutreffen, Desi schwer, weil witzigerweise macht die sogar so ein bisschen Spaß, Desi schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, macht schon so ein bisschen Spaß. Warte mal, das ist doch der Bogen, den ich letztens... Ja, wenn den immer noch keiner gekauft hat, dann werde ich den, glaube ich, jetzt auch nicht kaufen, oder Leute? Ne, 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 uga, ne, 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 ne. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier auch mal... Oh, Mara S singt auch, Marka S singt auch im wert. Interessant, ja, faszinierend, zum Glück habe ich keine davon gekauft. Die Stats von 70er Blues sind zwar wichtig, aber viele haben auch diese Re-Roll Teile, diese Hammer oder wie das heißt, sprich, ja, auch nicht so overraten, 40er Blueschmuck, ist der wirklich wieder gestiegen im Wert, das muss ich mir mal angucken, hier, das sind die beliebtesten Sachen, die ihr im Low Level farmen könnt, kriegt ihr, wenn die für 20 Gold drin wären, werden die schnell weg, eigentlich ist so ein Zeug nicht so viel wert, 40er Blueschmuck, gerade beim Drop Event kam extrem viel Neues von dem Kram, hmm, 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 ich weiß nicht so richtig, finden wir dann hier auch mal irgendwas, wo wir Gewinn machen können, bisher wirklich noch nicht, Alter, ich bin auch, also bei mir wechselt es auch immer so ein bisschen, ob ich mehr Gold mit Farmen oder mehr Gold mit Reselling verdiene, eine Zeit lang war es viel mit Reselling, aber da habe ich auch mehr so Sonnen-Set-Teile, Vita-Set-Teile gekauft, die komplett falsch preislich platziert waren, ne, wenn ich hier so, also ich merke gerade, eigentlich lohnt es sich gar nicht so sehr, hier alles durchzuscrollen, ne, weil wenn ich in der Zeit Farmen gehen würde, würde ich glaube ich mehr Gold verdienen, es wechselt sich immer so, ob ich mehr mit Reselling oder ob ich mehr mit Farmen verdiene, zur Zeit ist es wieder ein bisschen mehr Farmen, ich überlege mir sogar ein 40er Perm Chart zu machen, für Zombie-König, Erstens, weil ich das Verlies cool finde, vom Vibe, gefällt mir irgendwie, weiß nicht wieso, aber ich mag den Vibe, weil das so ein Oldschool-Fiesta-Vibe für mich hat, das war das erste Verlies, wo ich so Farmen gelernt habe und irgendwie hatte das damals so, war das damals noch so schwer, und das ist kein schlechtes Schild, mit so viel Austrau, Problem ist seit Klasse Clary, sehr unbeliebt, aber ich möchte sagen, 15 bis 20 sind da drin, oder? Klasse Clary ist halt, aber wenn ich das für 10 Gold kaufe, also das scheint mir kein schlechter Deal zu sein, doch wegen dem Auskaufen war das, oder wir gucken mal kurz, ob jenliche noch günstiger sind, die Zeit muss man sich schon, ne, aber ich glaube, das nehmen wir mal mit, ne, Skuggs, Skuggs mit dem Video, ah, der hatte mir auch letztens geschehen, ne, wir finden, Ah, wo ist das Schild, nein, das können wir bestimmt für 15 bis 20 mal kaufen, doch, äh, Grund, weil es so viel aus hat, das ist schon, äh, noch mal, besonders viel tatsächlich, Ah, es ist noch da, schön, hätte auch schon weg sein können, Pray, was geht da ab, vivid, was geht da ab, harsh, du bist schon die ganze Zeit im Video, auch im vorigen, was sehr viele Views haben wird, Weil sich viele Leute für das Server-Transfer-Thema interessieren, und das ist alles ein bisschen kompliziert, das ist Sibi? Ist aber nicht der real, it's Sibi, oder? Sag mir nicht, ist wieder so ein Buggy-Haus, oder? Ah, der Bär, sehr gute Wahl, rocke ich auch sehr gerne, ähm, ich möchte sagen, ich kriege da 15 für, weil es halt fast full aus hat, plus 0, ja, komm, Man muss auch mal investieren, weil, was bringt mir mein Kapital, wenn es hier nur rumliegt, ne, das bringt ja dann auch nicht so viel, Oh, 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 es war dann mal Karte, Gebot, was für eine Karte, Oh, man muss witzigerweise sagen, so Leute, die im High-End-Bereich sind, wie ihr, hier, die wissen eigentlich meistens die Preise ganz gut, Also, er hat halt gutes Zeug, ne, Deswegen weiß ich nicht, ob ich hier so den Überschnapper, gefühlt doch, also ich finde es so ein Schnapper, er hat aber auch leere Sachen, Und schaut, das ist auch mal ein gutes Zeichen, dass sie halt mehrere Leute auch was kaufen, ne, Na gut, aber ich bin, ich fühle mich gut mit dem Investment, die 10 Gold, gefühlt gut angelehnt, das haben wir hier, insane, was gehen, Die Akademie ist auch gut, da bin ich jetzt so in meinem Krieger drinnen, oh, wir haben mal wieder Mr. Manta, Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Hype für mich zum Manta ist so ein bisschen verflogen, ist ein süßes Reitier, ne, kann man machen, Aber, Ich finde, die, pff, oh, der ist schon, der ist schon echt nah, ich dachte, der ist schon echt nah, ist, wenn der so rumflattert, Ja, weiß ich nicht, ich finde meinen Raimi aber auch ganz gut, Oh, was denn, was für ein cooler Raimi, den kenne ich ja noch gar nicht, Der hat ne coole Farbe, muss ich sagen, Wer ist hier permanent müde und Madzilla, Sieht so ein bisschen aus wie, Also entweder ist das ein Real-Life-Paar, oder es sind so Leute, die denselben Char rocken, also eine Person sozusagen, Man weiß es nicht, Achso, man kann, wenn man auf dem Reitier ist, dann nicht B drücken, wenn die Shop suchen, hm, faszinierend, verstehe, So, wir waren bei 10 Gold, 10 Gold, 10 Gold, 10 Gold, 10 Gold, 10 Gold, So, manche Sachen braucht man noch, ehrlich gesagt, nicht angucken, da weiß ich schon so, dass die zu teuer sind, Na, hier kann man manchmal einen Schnapper machen, aber auch nicht so, oh, Vor allem scrollen wir überhaupt in die richtige Richtung, ist die Frage, ja, wie ich scrollen die richtige, Ah, ich habe auch noch 95er Jägerzeug gut verkauft, letzten, das hat auch mein Goldbeutel wieder gut gefüllt, Hier habe ich schon oft erklärt, Leute, die Leute, die das alles zum selben Preis anbieten haben, meistens keine Ahnung, Weil hier geht es um die Stuts, also das Item an sich hat so ein bisschen Base-Wert, aber es geht natürlich mehr um die Stuts, Um das nochmal in Erinnerung zu rufen, weil ich es wirklich schon sehr oft gesagt habe, Ey, 10 Gold ist auch ein beliebter Preis, ne, 10 Gold ist so ein bisschen, ich weiß nicht, es ist ein, 10 Gold ist so das Neue, ich weiß, es ist ein bisschen was wert, ich weiß ja nicht, wie viel, weil es war lustig, wie viele Sachen da für 10 Gold drin waren, Hm, uh, Interessantes Objekt, ja, Hm, ja, nicht schlecht, 7, warum macht man hier nochmal eine 7 ran, verstehe ich nicht so genau, Äh, um, Ne, ja, ne, da natürlich bei so Schmuck immer auf Ausgass achten, Manchmal macht ihr da einen Schnapper, aber Schnapper macht ihr auch mehr so zu Off-Zeiten, morgens oder so, Zum Beispiel das Cleary-Shirt war auch relativ lucky, dass ich das da eben Gekauft hab, das, also abends macht man relativ wenig Schnapper, weil da ist schon alles abgegrast ist von den anderen, Die richtigen Schnapper macht ihr mehr so morgens, Ja, zu so Off-Zeiten halt, oder wenn jemand nachts komplett verdüddelt seinen Shop entstellt, dann halt auch, ne, Joa, Ähm, Aber ich hatte doch mal so eine gute 75er Hose, die habe ich im Nachhinein zu günstig verkauft, Egal, der Goldflow rotiert, das ist auch nicht schlecht, Aber mir fällt gerade auf, ich muss nochmal auf das 10x40er Blue Schmuck, Wow, das ist mehr wert, Hallöchen, ähm, Goldesel, 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 Ah, ich habe meinen Raimi auf den Krieger gepackt, das könnte mir jetzt wirklich das Gold kosten, ne, So, Ja, obviously, Mehrwert, ähm, hallo, Wo sind wir denn hier gelandet, im Land der günstigen, Er ist wirklich so ein bisschen die Schilder, die so, oder ne, Wo waren wir, Raya irgendwas, Raya irgendwas, Raya Fahne, äh, Achso, Ja, der hat sehr günstige Items im Angebot, Ja, die Preise gefallen mir sehr gut, Kann man Gold mitnehmen? Ne, der hat sehr faire Preise, Und man kann sogar noch ein bisschen Gewinn machen, in meinem Fall, Ja, du, Deine Preise gefallen mir gut, Raff, Alter, Wie heißt der, Raff, Raffianowitsch, Jetzt haben wir, Hallo, Drei Anläufe gebraucht, Ey, Leute, Wenn ich hier meine Lizenz drauf mache, Ne, Hat halt nicht so geiles Stats, Aber kriegen wir da nicht 50 Gold für, Wenn ich da meine Lizenz drauf mache, Leute, Da, Hat zwei Sockel, Aus Gasstärke, Leute, Ich schreibe es mir aber auf, Mit den 45, Ja, Wobei, Gold ist mittlerweile wirklich viel, Viel wert, Ne, Also, Das darf man nicht unterschätzen, Kauft das jemand für 50 Gold, Ich meine, Zur Not könnte ich mir einen Farmchar erstellen, Fürs 40er verließen, Ne, Und da macht man auch gute Kohle, Habe ich gehört, Hahaha, Ja, Komm du, Ja, Das ist das Geile, Dieser alternative Zweck zum Selbstfarmen, Ich glaube, Das macht mir hier den Kauf, Die Kaufentscheidung, Mach ich halt noch meine Lizzie rauf, Dann kriegen wir da noch so ein paar Bonuspunkte, Also, Ich werde ihn dann entweder verkaufen, Oder, Wenn den keiner kauft, Nehme ich den zum Farmen, Geld verdienen, Ich brauche ja nur zwei Gewaltsatzdroppen, Dann haben wir den Preis wieder raus, Und ich kann weiter fahren, Das ist eigentlich ein ziemlich guter Deal, Wenn ich so drüber nachdenke, Das macht man, Nimmt man mit, Kann man machen, Finde ich nicht schlecht, Müsste ich mir halt nochmal einen Jäger hochleveln, Aber, Mein Gott, Gibt Schlimmeres, Es gibt worse things than this, Aber mir fällt auf, 40er Blue Schmuck ist wieder mehr wert, Das ist interessant, Weil man hat extrem viel davon gedroppt, Am Eventtag, Da mit dem Drop Event, Hier müsst ihr, Also, 45er Set, Also, Sehr beliebt, Aber nur mit guten Stats, Mit schlechten Stats, Kriegst du so ein, Zwei Gold, Für, Oh, Das ist schon mal interessant, Ein, Oh, Okay, Dass wir abends, So viel gutes Zeug finden, Ist echt ein bisschen crazy, Ne, Das ist wirklich ein bisschen verrückt, Muss ich sagen, Das ist ungewöhnlich, Normalerweise ist abends, Alles schon weg, Aber, Wahrscheinlich hat keiner Bock, So die Details, Anzugucken, Die Blumenvase, Hallöchen, Oh, Ich bin Drusilla, 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 Na, Da müssen wir doch jetzt mal hier, Aber auch wirklich, Wo ist es denn, Yes, Was haben wir noch schön, Also, Drusilla, Was haben wir denn noch schön, Ist ein guter Preis, Kann man machen, Ist ein bisschen teurer, Aber gut ist das, Ähm, Also, Ich kann verstehen, Warum ihr das Zeug mal, Zum selben Preis reinmacht, Weil man dann nicht nachdenken muss, Aber es ist, Nicht so eine gute Option, Denkt lieber nochmal nach, Über die Prasen, Hier mit Ausgas, Obvious, Die 5 bis 10 wert, Ich fand den mit Gascon, Auch nicht so schlecht, 5 Gold, Der nimmt man mit, Wie bereits gesagt, Jedes einzelne Gold zählt, Hier, Zumal, Ich seit ich in Uru, Verkaufe, Eh, Relativ viel Zeug, Losgeworden bin, Und wieder Nachschub brauche, Kommt mir eigentlich, Ganz gelegen, Ja, Doch, Kann man machen, Der Goldesel, Bringt Glück, Leute, Ich hab mich erst, Ich find's auf der, Hä, Digga, Wo ist er denn, Dafür hab ich jetzt keine Zeit, Happy Honey, Denn ich muss, Gold verdienen, Ihr seht, Es lohnt sich auch, In diese kleinteiligen Bereiche, Rein zu diven, Das ist eine schöne Sache, Das kann man machen, Oha, Äh, Äh, Also normalerweise, So was mindestens, 5 Gold wert, Aber ich hab schon, So was, Was ich ewig nicht, Verkauft haben, Ne, Das heißt, Ich glaube, Ich hab das auch, Mein Krieger gepackt, Oder hab ich die verkauft, Letzten? Ich bin so ein bisschen, Lost gerade, Ach, Könnte man, Mindestens, Für 5 verkaufen, Allein für den Style, Kaufen sich manche, Diese 70er Blues, Wo dann die Stats, Egal sind, Ich glaube, Wir nehmen die mit, Ja, Doch, Doch, Oha, Das wird derselbe Shop sein, Mit, Äh, Wo auch das andere, Das können wir teurer verkaufen, Für ein paar mehr Gold, Und wie bereits gesagt, Ein paar mehr Gold, Machen hier wirklich, Einen Unterschied, Auch wenn mir Leute schreiben, Man kann auf Maps, Sehr viel verdienen, Wenn man einfach nur, Aufsammelt und Zeug verkauft, Ihr müsst doch berücksichtigen, Dass ich noch lange nicht, In diesem Level, Bereich bin, Und deswegen, Machen wir Gold, Mit kleinen, Reselling Sachen, Das ist der Gold, Mit Reselling Song, Wo ist das Teil, Äh, Hey, Wo war, Hä, Das wird derselbe Shop sein, Also das ist, Obvies, Die Mehrwert, Die kriege ich beide, Für 5 Gold weg, Weil manche kaufen, Die nur für den Style, Und der Style, Ist 5 Gold wert, Sag ich es jetzt einfach mal, Oder sag mir mein Gefühl, Besser gesagt, Wo ist das, Zordel, Zordel, Mein bester, Joinks, Da könnte ich sogar wieder, Meine Lizenz drauf machen, Um noch mehr, Ein bisschen zu profitieren, Ha, 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 Das werde ich jetzt nach dem Video direkt machen, Ich sortiere mir mal die mit denen, Weil die, Wo ich meine Lizenz drauf mache, Die sind ja obviously mehr wert, Wegen Fans, Und Blues sammeln, Und so ein Shit, Ja Leute, Warne, Erstaunlich, Erfolgreiche, Erfolge für abends, Ich hoffe, Ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, Ich wünsche euch viel Erfolg, Bei euren Reselling Geschäften, Bis bald, Ciao, ciao, Ciao. ,